Bin ich sicher? Oder weiß ich, wie ich sicher bin? Du müsstest wissen, dass ich hier bin, oder? Aber so gerade... Ah! Oh Gott! Hey Leute, mal wieder willkommen zu einer weiteren Folge von X4 Bard. Ich hab das Spiel ja schon mal gespielt, da hab ich aber Kapitel 1 gespielt. Jetzt ist seit 2, 3 Tagen Kapitel 2 draußen. In Kapitel 2 spielen wir Flanders und nicht Homer. Hey! Und ich hab Kapitel 1 ja sehr, sehr, sehr früh gespielt. Nicht, weil ich glaub, dass das Spiel gut ist, sondern weil ich das Konzept einfach lustig finde, ein Simpsons Horrorspiel zu spielen. Kapitel 2 soll aber angeblich gar nicht so kacke sein und tatsächlich als Spieler funktionieren. Mal sehen, ob wieder meine Ohrenblutmärche draufklicken und... Äh, nimm. Ja, ah! Ah! Ja, meine Ohrenblutmärche draufklicken, okay. Whip. Homer J. Simpson. Oh, Homer ist gestorben im ersten Part, aber wir haben es doch geschafft, rechts zu kommen. Okay, wir stehen auf jeden Fall Flanders, das weiß ich. Jetzt gibt's mehr Story, krass. Der baut das richtig aus, das Spiel. Cool. Ich weiß, dass man sich jetzt hier im Spiel richtig verstecken kann. Vorher war das so, Marge ist einfach rumgelaufen. Marge ist so ein Alien und... Oi! I need you to go out and get eggs for Bart. Was ist das? Ist das Barney? Ist das Geister Barney? Na gut, auf jeden Fall... Oh, ich kann schleichen. Und ich kann mich hinhocken. Wenn ich mich hier hinhock und das Licht ausmach, weiß Geister Marge nicht, dass ich hier bin. Obwohl sie hier irgendwo rumsteppt. Barney, für dich. Für dich werde ich das alles schaffen. Ich werde die Eier für dich suchen. Ich werde Barneys Eier finden. So, können wir da suchen? Ja. Mensch, 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 Mensch. Nein. Nicht sicher? Oder weiß ich, dass ich hier bin. Sie müsste wissen, dass ich hier bin, oder? Das hohe Gras beschützt mich nicht. Das hohe Gras beschützt mich nicht. Okay, wenn ich im Sichtfeld bin, checkt es sich natürlich, dass... Wo ist Marge? Das ist die Frage, dann muss ich weglaufen vorher. Der vorne ist, glaube ich, rumgelaufen. Aber nicht mal in Richtung. Hier ist auch nicht zu suchen. Zack, 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 zack. Da muss ich erst... Da kann ich... Der vorne Steps im Turum. Ich schleiche mal ein bisschen. Ich werde echt nicht wieder von der... Angesprungen. Sie hat mich nicht gesehen. Weil ich das Licht aus hatte. Sie hat mich nicht gesehen. Da hinten rennt Marge, okay. Hier ist ein... Oh, ich kann hier rein. Was gibt's denn hier? Oh, ich kann hier auch nicht suchen. Wenn Marge hier reinkommt, bin ich tot. Ich glaube, sie kommt. Ja. Bitte lass mich in Ruhe. Das Spiel ist so schwer. Okay, ich kann echt nur versuchen, glaube ich, schneller zu sein. Ich muss schneller agieren. Und wenn Marge kommt, einfach mal rennen. Rennen und dann verstecken. Ich habe jetzt so vorsichtig gespielt. Ich will jetzt ein bisschen aggressiver spielen. Auf jeden Fall schneller eklicken. Kein Ei, schade. Links rum gehen ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Marge kommt nämlich da vorne irgendwo rum. Ich suche, ich suche, ich suche, ich suche. Ich muss suchen. Der ist ein Ei gefunden, geil. Da vorne gerade Marge. Ja, da vorne ist Marge. Da sind die roten Augen. Hast du mich gesehen? Hat sie nicht. Sie rennt da vorne einfach rum. Okay. Weiter, weiter, weiter. Ich glaube, sie hat mich aus den Augen verloren. Ich glaube, Marge kann nur die Wege lang laufen. Aber ich kann dafür durchs Gebüsch laufen. Das ist mein Vorteil. Wenn sie kommt. Aber sie rennt halt hier irgendwo rum. Das Spiel ist so schwer. Das Spiel ist so schwer. Aber es gibt jetzt inzwischen mindestens so etwas Ähnliches wie eine KI, die funktioniert. Ist jetzt nicht schlechter als bei Hello Neighbor, ehrlich gesagt. Bei Hello Neighbor sieht der Nachbar mich ja auch, wenn er mit dem Rücken zu mir steht von 1000 Metern. Hier weiß ich gar nicht. Vielleicht ist die KI hier sogar ein bisschen besser als bei Hello Neighbor. Frage, ob sie mich jetzt verfolgt oder nicht. Ich hätte gerne so ein akustisches Feedback. Irgendwie ein Lead oder sowas kommt, wenn sie mich verfolgt. Ich renne jetzt mal ohne Taschenlampe. Ich habe aber schon viel durchsucht, tatsächlich. Ey, das Gelände ist so groß. Ich habe schon so viel durchsucht. Ich habe einfach nichts gefunden. Und sie steppt hier einfach rum. Oh, das ist so schwer. Das Spiel ist so schwer. Also in diesen einen Raum gibt es wahrscheinlich irgendwie vier Eier oder so. Weil außen habe ich jetzt echt viel durchsucht. Marge, können wir nicht darüber reden? Oh, Marge ist vorne. Bitte habe ich nicht gesehen. 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 Danke. Hatte Marge schon noch Flensers nicht mal kurz eine Affäre oder so? Denk doch an die Affäre, Marge. Wird doch eine gute Zeit. Oh nein. Nein! Und da war auch nichts drin. Ich habe draußen alles sich sucht. Legit. Autsch. Aber sonst hatte ich alles sich sucht. Denk doch an unsere Affäre. Denk doch an mein Schnurrbart. Reicht dir das nicht? Hier vorne haben wir auch der eine Raum, oder? Ja. Ist hier einfach... Sind hier einfach zehn Eier drin oder was? Ein Ei. Kein Ei. Kein Ei. Okay, zwei Eier sind hier drin. Jetzt kommt Marge. Ich verstecke mich mal hinterm Schrank. Und das hat geklappt. What the hell? Das hat geklappt. Jesus, okay. Was haben wir noch? Klein Ei. Haben wir hier ein viertes? Ne, schade. So, sonst haben wir hier alles sich sucht, ne? Gehen wir mal raus. Marge, kann mir gar nichts. Wenn ich sie irgendwo sehe, direkt laufen. Vier Eier, okay. So gut war ich noch nie. So gut war ich noch nie. Immer sch... Oh, Barney. Oh, ich dachte, du machst was. Immer schön laufen. Von Marge rennt sie in meine Richtung. Sie rennt da rum, okay. Zum Glück hat sie diese hellen, roten Augen. Erkennt man die wenigstens oft. Okay. Jetzt hier durchsuchen. Check, check. Wo gibt's denn noch ein Ei? Hab du jetzt echt fast alles dich suchst. Oh, fünf Eier. Okay, Marge rennt da vorne. Ich renne auch mal dann hier hin. Ja, ich bin willkommen. Ein Ei fehlt mir noch. Wo soll's das denn geben? Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Marge, holl ab. Da hab ich keinen Bock drauf. Da fehlt nur noch ein Ei. Da hab ich jetzt keinen Bock, dass du mich jetzt holst. Da hab ich doch keinen Bock drauf. Marge, lass es. Lass es sein. Bitte hau ab. 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 Sie ist aufgauen. Wo kann denn das letzte Ei sein? Ich hab doch jetzt wirklich alles gesucht. Es leuchtet nirgendwo mehr was. Boah, wer ist in meine Richtung gerannt? Ich wär tot gewesen. Ist mir gerade eiskalt in den Rückenmutter gelaufen. Okay. Ist hier vielleicht noch ein Zwick? Da vorne ist noch was. Oder? Ja. Oh. Wir haben sechs Eier. Wir haben sechs Eier. Marge darf uns jetzt nicht holen. Da vorne ist Marge. Die rennt da rum. Okay. Nur noch zu Barne. Nur noch zu Barne. Dann haben wir's geschafft. Dann haben wir's geschafft. Come on. Barne. Hi. Hi. Yes. Ah, schön. Deutlich. Ganz ehrlich. Deutlich besser als die erste Version. Vor allem spielbar. Die erste Version war ja wirklich einfach nur Zufall, ob man irgendwie durchgekommen ist. Oh, Homer lebt. Ich dachte, Homer wäre tot. Jetzt will ich doch jetzt eine Story aufbauen damit. Hat Homer uns getötet, oder? Das ist eine Story aufbauen mit diesem Spiel. Das finde ich cool. Ich freue mich jetzt. It's all his fault. He must pay. Was? Jetzt gibt's hier ein Baby? Oh. Oh. Monster Maggie oder was? Okay. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ansonsten nehmen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao. 오늘iga一言. Bis zum nächsten Mal. Whoa. 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 Whoa.